Oh, es ist verklemmt. Scheiße. Was du eigentlich schaffst. Ja, jetzt hätte ich es geschafft. Egal. Jetzt kriegst du es auch nie mehr mit dem Schlüssel auf. War da irgendwas drin? Irgendwas wichtiges? Nicht wirklich, oder? Es ist nur entscheidend, wenn man die Hauptquare weitermachen will. Na dann. Fangen wir uns dann nochmal neu an das Spiel. Ne. Leck mich doch. Leck mich doch. Links oder rechts? Ich würde sagen, rechts. Ne, da ist nur Wasser. Da kann man glaube ich runterfallen von oben. Glaube ich. Weiß nicht. Schön, dass vorher auch nach oben fliegen. Das bin ich total. So. Au. Hat was schönes, wenn wir ja nicht mehr so gut treffen. Wolltest du lang? Hier oben. Ja. Kommst du lang. Hier hinten. Ich würde wieder auf dich warten. Na großartig. Mach mal die Kissen. Mal gucken was hier noch so war. Kommst du jetzt? Jetzt. Das letzte Mal ist er selbst bei einem vorbei gerannt. Jetzt würde er es unbedingt töten. Jetzt, wo wir es eilig haben. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Da wäre es ein bisschen viel. Für die Gegner hier. Ja. Ja. Dynamische Anpassung. Die Gegner lehnen mit. Naja, bloß nicht. Hier zum Glück nicht. Die Balliste brennt. Oh, die kann man ausführen. Kann man dann schon los wieder loben, hier die Gegner. Hilfst du mir mal, die zu töten? Hallo, die killt mich gleich. Ja, ich mach ja schon. Du machst das schon. Die Lüge ist ja tausend. Ich hab'n Geierschnabgelein. Warum war der in der Kiste? Keine Ahnung. Jetzt kommt der Raum mit den 2000 Kisten. Wobei, da könnten Bücher drin sein. Das heißt, das Erde ist ein kreischender Stern und so ein Dreck. Meistens, ja. Guten Bücher gibt's erst bei dieser anderen. Bei der alten gab's die, ja. Räten beim Troll gibt's vielleicht noch ein bisschen was Gutes. Celestine, die ist da. Da lang. Ah ja, da lang. Nicht da lang, da. Ich hab's vergessen. Ich geh schon mal weiter. Ja, mach schon. Und bin tot. Und du bist schuld. Ach nee, jetzt hab ich Stärke und meine gesamten... Wir müssen noch mal neu laden. Was? Warum kommst du auch nicht mit? Kommst du jetzt endlich? Ja. Super, jetzt ist wieder alles verloren. Ich hasse es. Warum bist du denn gestorben? Weil da schon wieder eine Balliste um die Ecke stand und ich nicht heilen konnte. So was hab ich wieder null. Und Stärke nur noch 14. Ja, jetzt kriegst du noch Strafe drauf. Fick dich. Kommst du jetzt endlich? Was machst du so lang? Ich muss den ganzen Weg wieder hochlatschen. Hast du auch immer ne Ausrede, oder? Dauert halt. Ich muss laufen. Ich brauch Internet zum Spiel. Ich bin tot. Und das? Ich weiß es nicht. Das ist meins. Nö, ich hab's auch so... Töte mal die Balliste um die Ecke. Ja, da um die Ecke. Hallo, hier, da, töten. Und mir macht die kaum Schaden. Ja, sie hat mich zurückgeworfen und dann war da noch ein Haufen andere und die haben mich gekillt. Super, jetzt hab ich schon wieder irgendwie 14.000 verloren. Ich hasse es. Die war gar nicht da. Die war hier irgendwo und da war noch mehr da. Da war noch mehr. Ach, da stehen die jetzt alle. Wo bist du schon wieder? Ja, kommst du jetzt mal? Ja, dann eben nicht. Hallo? Ja, scheiße. Magier. Wo lassen wir uns den Troll trollen? Äh, wie ist das da landen? Der Troll gibt übrigens noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Wie viel gab der eigentlich? Was soll ich das wissen? Jetzt holen wir den Hebel. Ich steh mir den Weg drin. Da gibt es den Magier. Such den Hebel. Wo war der Hebel? Eisige Berührung. Schlott. Puh, aber hier schon mal nicht. Hier irgendwo? Nein. Nein. Wollten wir uns vielleicht mal töten, weil ich weiß, dass er echt mal so ein gigantischer Magier so im Spiel ist. Wenn wir uns einkreist, wie ist das dann hier gerade gemacht? Da bist du schon wieder. Ja. Ich suche den Hebel Der war doch hier hinten auch irgendwo Ich hab den Hebel Warte, guck mal, der völlig falsch ist Hab das schon mitgekriegt Hier sind auch noch so viele Türen, ne? Ja, die führen alle zum selben Raum Du kannst sie nur noch nicht öffnen Kommst du? Ich hoff da eine Tolle, die wir wieder fahren Wobei, wir können zwei Tolle zu gehen Spring einfach runter Ich mach das jetzt nicht nach Ich komm, da wird das geschickter Und sterb gleich Ich guck das Ding einfach Schmeiß aber auch ein bisschen Zauber da runter Ey, warum geht das denn auf mich? Das war ich nicht Das war dieser Marke, der da noch rumsteht Jetzt ist er tot Ich hab den Theaterschlüssel erhalten Wir müssen den Troll gar nicht töten Müssen wir auch nicht Was? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Jetzt ist er schon wieder die Ideale Habe ich mir fast gedacht Und das war mein letzter Zauber 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 Jetzt kommt er Das ist gut Das ist gut Ich hab 39.000 jetzt Die Stärke ist Ich bin stärker als nur auf 20 Und dann noch eine mittelschwere Lüste Und dann sehen wir schon Können Reaktionen So Gehen wir raus Komm An dem Moment Wir können da ja nicht rausgehen Oh ja da Ja Du machst ja nichts Ja Ich bin doch alleine Man treffen würde das Tor Ich zinde einfach alles an Ich bin wie ein Flammenwerfertyp in CNC Ja So kann man es sagen Oben müssen wir aus Was ist das so Hast du dafür Beweise Wo geht es denn überhaupt hoch? Ja hier kommst du her Ich warte schon auf die Konten Und 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 links Auch für gelogen Ich brauche noch eine Weiche Bin wieder runter gefallen Nimm halt einfach die Treppe Hatte ich doch Was hier läuft Nein So Bist immer noch nicht da Sehr gut Ah Bist dann dicht oben Sehr gut Ja Ich habe ein bisschen Kisten aufgemacht Und jetzt habe ich Zeit zu gehen So Dann haben wir schon mal ein Dungeon wieder weg Erstaunlich einfach dieses Dungeon Dings Wenn man schon völlig überpowert ist So Kommst du da runter oder wirst du da oben Trotz und klar Sind doch schon unten Liebe So Hier können wir gleich das ganze ignorieren Oh da müssen wir mit denen reden Nein Aber wir müssen mit dem Typen da hinten reden Und ihm wieder ausschließen da Moment Das ist glaube ich diese Vampirin die wir dann töten müssen Die völlig übermächtig ist Vor allem ja komplett listen wurde empfohlen da jetzt schon hinzugehen Irgendwie dann da gleich Halt Bin sofort bei euch Wie krass führt euch folgt mir Ich finde es immer toll wenn Komplettlösung irgendwelches Zeug empfehlen Was man gar nicht schaffen kann Oder es absolut schwer ist Die haben den Falschen erwischt Mir macht er das Ding nicht mal auf Ich hätte da eine gute Gelegenheit Für die richtig kann ich euch vertrauen Verratet es keinem Aber ich kenne jemanden So Ich hab die Quest Du auch Als Verbrecher ist ein verschwendetes Leben Ich hab die Quest jetzt auch ja Dann bezahl ich den mal Mach mal Steh ihm nicht im Weg Ne Wollte man nicht Ich hab gehört ihr habt meine Strafe bezahlt Er gehört euch Ich wusste ich kann mich auf euch verlassen Gut gemischt Die Lea Irons bis im Kuh behalte Sobald ich aus die Mysterien gehe Ihr wisst schon Hinten Ich hab's gerade 5 Millionen Erfahrungsmittel bekommen Das Handwerk Ich verschwinde von hier Und Ja Leben geh ich mal auf 10 glaube ich Gut Gut Dreckstück Pass los Nicht genannt He Dreckstück Halt Die Stadttore sind auf dem persönlichen Befehl von Fürst Davenmoor geschlossen Halt Keiner darf den Palast ohne offizielle Genehmigung betreten Halt Die Stadttore sind auf dem persönlichen Befehl von Fürst Davenmoor geschlossen Und die ganzen Quests wir holen Obwohl eigentlich haben wir die Quests ja Was? Die Gilden Quests haben wir eigentlich schon Brauchen wir gar nicht mehr hin Ja aber Aber zur Sicherheit vielleicht doch nochmal hingehen Wir holen das Petentroll töten War der da hinten? Ja der Petentroll Die Arbeit einer Wache ist nie getan Ich habe auch keine Zauber mehr Vielleicht sollten die nochmal aufladen Was denn wenn ich bezahle? Seht den Troll Seht den Troll Nur 5 Goldstücke Nur 5 Goldstücke Macht 5 Goldstücke Tretet vor und seht den Alles sicher Keine Ahnung Tretet ruhig vor Seht den Troll Idiot Rennt um euer Leben Der Troll ist los Das ist ein riesiger Troll Keine Kriegstroll Aber du bist Nicht tot oder? Rennt um euer Leben Der Troll ist los So meine Zauber sind durch Wir hätten die erstmal aufladen wollen Rennt um euer Leben Der Troll ist los Auch egal Ich habe inzwischen übrigens 40 Leben Kann man dem Flammenwerfer nicht entkommen Das kommt ja noch von diesem Mit Pekadisten Nein Das sind doch diese Ah fuck Hier steht Gold Ja hauptsache Gold stehen Nimm die große Axt Ich muss mal weg Äh ich Jetzt hatte ich im Moment lang Angst dass ich feststecke Ahaha Füß das Und nimm das Und da unterbricht mich ne verfickte Ratte Ich steck in den Rattenfest Reißer steh auf Mach doch nichts Mach doch nichts Wolltest doch schon immer mal Rattenfutter sein Ich weiß schon wie genug spielen Die Burnton habe sogar Ratten gefüttert oder so Von daher Die Burnton muss ja auch immer mal Auch wenn man die bisschen anbratet Geht vielleicht auch Nein 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 Die Burnton hat ne Mauserfolge vielleicht Ich hab sie glaube ich roh gegessen Ich hätte vorher noch mal einkaufen sollen Hätte sie alles Hätte solle mal diesen riesigen Troll sehen Vielleicht Ich hab ihn angezündet Gib du ihm den Rest Ich hab nen Bogen Töte ihn Bogen wir sehen auch dich an Das ist einfach schön Ja das hab ich Das hab ich bei dir schon gesehen Also als ich den Bogen benutzt hab letztes Mal Dann bei dich anvisiert Nein 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 steh auf Dann trinken Ich hab irgendeinen Schmuck aufgesammelt Aber ich kann nicht nachgucken was der macht Wir hätten vielleicht doch Wie das gesamte Feuer nur zu dir geht Wir haben ihn auch auf Deathmatch gestellt ne Natürlich Aber das heißt doch nicht automatisch Dass er immer dicht sofort zuerst angesehen muss Na ja Anscheinend schon Auf halt nicht ständig zu mir damit er sich zu mir dreht Aufstehen, Trank trinken Wie viel Schaden machst du ihm so? Ähm Ähm Ich glaub ähm Hinten Feuerball zum Beispiel Aaaaaaah Gar keins 5 hab ich jetzt gemacht Aber da gibt es schon mal mehr Also ich mach manchmal 14 Schaden sogar Ich zünde ihn manchmal an Und brennt das Aber Jetzt hab ich es nie gemacht 27.000 hey Ja Bisschen wenig aber was müssen wir machen Was hast du? Die leichte Waffen würde es gern